hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video und zwar widmen wir uns heute agando-shop.de haben wir ja schon häufiger getan und zwar gibt es hier ein angebot den agando foego 3637 r5 es wurde sich auch gewünscht dass ich mir den schnell angucke ob der taugt weil es halt ein angebot ist was noch 21 stunden gültig ist ich sage mal wenn ich das video jetzt hochladen fertig geschnitten habe wird es noch denke ich so 15 16 stunden verfügbar sein deswegen schnell sein wenn ihr den haben wollt und wir starten auch direkt durch hier haben wir ihn auch schon für 1499 euro 90 unter anderem mit einer 3070 ti 8 gigabyte die jetzt erst vor anderthalb wochen released worden ist und wir starten mit dem gehäuse das silence silent blade rgb was name wie sieht man es auch noch mal das bild ist so gesehen nicht fake der lüfter vom prozessor ist glaube ich nicht beleuchtet der ram auch nicht ansonsten geht das gehäuse sieht so aus der lüfter hinten wird wohl da sein auf jeden fall aber das hier könnt ihr euch einfach wegdenken das ist denke ich mal wieder eher so ein beispiel bild wie das gehäuse auszusehen hat das gehäuse normales atx gehäuse passt das meiste rein es gibt größere und bessere aber in der preisklasse reicht das erst mal aus kostet bei guide zahls beziehungsweise mine factory 39 euro 41 ihr seht schon am preis ist einsteiger klasse ihr habt ein paar frontanschlüsse etc was jetzt alles nicht so wichtig ist ihr habt hier genug platz um alles zu verbauen überhaupt kein problem packen war so in den warenkorb dazu ein sehr schönes netzteil modular das heißt es werden nur die kabel reingesteckt die auch wirklich benötigt werden alles andere verstopft ihr nur das gehäuse das sind big white straight power gold 750 watt was bronze silber gold platin und titanium angeht zeige ich euch mal hier kurz eine info hier wird einfach nur der wirkungsgrad angegeben also 80 plus haben dann 80 prozent wirkungsgrad bronze haben 82 prozent silber 85 prozent und so weiter ist zum strom sparen beziehungsweise was die wirksamkeit dieser netzteile angeht wichtig aber das ist wie gesagt ein gold netzteil ist genau in diesem mittleren bereich passt auch super ist be quiet halte ich sowieso sehr viel von und das kostet bei mine factory 110 euro ihr seht schon am preis wenn wir mal so diese boost box power dinge und so nehmen wo wir da jetzt eigentlich liegen wenn man ein gescheites netzteil nehmen das packen wir jetzt auch so den warenkorb das muss auch sein weil die 3070 ti sich eine menge watt reinschraubt also es muss auf jeden fall ab 700 watt aufwärts gehen das netzteil und seid ihr da wirklich sehr knapp bemessen dazu bekommen wir das msi b 450 m pro minus vdh max mit dem 450er chipsatz das reicht für den 3600er ryzen aus der hier verbaut ist ist aber halt ein mikro art export ihr seht schon ihr habt ihr jetzt nicht so viele möglichkeiten gut ihr habt vier ram bänke alles klar hier die grafikkarte dann habt ihr noch zwei erweiterungsslots wo nur einer noch von verdeckt wird von der grafikkarte je nachdem welche ihr bekommt und dann könnt ihr vielleicht noch eine capture card reinbauen oder eine wlan karte das war es dann aber auch also was das angeht gebe ich euch am ende des videos noch ein tipp was ihr ein bisschen verbessern könnt an dem system damit ihr auch gut damit fahrt das kostet hier bei geiztahls 64 euro 40 über minefactory wieder ihr seht auch es wird der ryzen 5000 als kompatibel angegeben sprich wenn ihr irgendwann auf die idee kommt wollt upgraden 5600 5800 draufpacken das geht wohl aber es hat halt auch nur pc express 3.0 und die neuen grafikkarten hätten schon ganz gerne 4.0 ist jetzt nicht der himmelweite unterschied beim zocken aber wenn ihr zukunftssicher aufgestellt sein wollt dann empfehle ich euch gleich noch was schönes das packen wir so in den warenkorb vorher noch hier die anschlüsse zweimal usb 2.0 noch mal zweimal usb 2.0 usb 3.0 insgesamt viermal netzwerkanschluss mikrofon kopfhörer beziehungsweise lautsprecher und noch ein line in line in benutze ich jetzt für mein mikrofon das geht besser weil ich noch ein mischpult dazwischen habe hier habt ihr noch vga warum auch immer dvi und hdmi das funktioniert auch nur mit einem ryzenprozessor mit einem g dahinter zum beispiel der 3400g oder 3350g dann könnt ihr theoretisch noch ein bild ziehen wenn die grafikkarte mal defekt ist mit dem 3600 der hier verbaut ist geht das nicht hier oben habt ihr noch im ps2 anschluss für alte mäuse und tastaturen falls die usb mal ihren geist aufgeben und ihr ins bios müsste oder ähnliches aber alles in allen grund solides bord halten sehr klein also ich würde so nicht kaufen als prozessor mit den altbekannten ryzen 5 3600 ohne x das ist der normale der ist nicht übertaktbar sechs mal 4,2 gigahertz ihr seht hier auch schon am vergleich eine etwas geringere taktung ist auch so der bottleneck im system also wenn was bremst ist es der prozessor an und für sich reicht es natürlich zum zocken aus wenn ihr später mal upgraden wollt wie gesagt anderes bord anderer prozessor kommen wir gleich noch zu der kostet aktuell in der box variante ganz wichtig weil hier ein lüfter mit dabei ist die verbauen auch den standard lüfter er kostet 189 euro 90 bei mindfactory das packen wir jetzt auch so in den warenkorb dazu bekommen wir 16 gigabyte ddr4 rahmen pc 3200 also 3200 megahertz was der 3600 horizon auch genau verträgt das ist genau die spezifikation ihr könnt theoretisch schnelleren betreiben ja aber 3200 ist schon sehr gut problem an der ganzen sache ist es ist corsa vengeance gsk laegis kingston hyper x also ihr wisst nicht was ihr bekommt dann müsstet ihr schon ein bisschen mehr hinlegen damit ihr auch zum beispiel rip jaws kriegt oder die trident set neo alle für sich habe ich jetzt hier einfach mal den vengeance genommen weil wir da fair sein wollen das ist so ein mittel ding hier haben wir ihn auch schon hier oben steht 16 gigabyte 3200 megahertz für 85 euro 49 bei mindfactory packen wir auch so in den warenkorb 16 gigabyte reicht in der jetzigen zeit völlig aus ihr könnt bei dem mainboard was jetzt drin ist sogar noch erweitern auf sag ich mal 32 gigabyte dann steckt ihr noch mal zwei davon rein oder kauft den direkt mit 32 gigabyte das geht auch ja die grafikkarte ist ne nvidia geforce atx 3070 ti 8 gigabyte beliebiger hersteller ihr seht schon wenn ihr die gigabyte gaming oc haben wollt bezahlt ihr 75 euro mehr wenn ihr ne parlet haben wollt 31 euro mehr beziehungsweise 32 euro ich weiß nicht was die euch da reinpacken wir haben jetzt einfach mal irgendeine genommen so das günstigste was ich bisher bei geißhals gefunden habe an und für sich tut das der leistung jetzt keinen großen abbruch die oc hier die wird ein bisschen schneller sein weil sie overclocked ist hat einen anderen kühlkörper drauf die anschlüsse sind aber meistens dieselben der speicher auch in dem fall haben wir eine inno 3d geforce atx 3070 ti genommen x3 oc die ist auch schon overclocked kostet 1000 euro bei hardware rate oder hardware rad je nachdem wie man das aussprechen möchte es gibt bei agando so eine schöne übersicht was die fps angeht da gehen wir gleich noch mal durch hier haben wir sie auch schon also in der kombination mit dem 3600 horizon der 3070 ti und dem arbeitsspeicher mit dieser taktung reichte zum beispiel bei fortnight in full hd 260 fps plus in wqhd 130 fps plus das schwankt das steht auch hier in dem kleinen text unten drunter wenn wir warzone nehmen seid ihr bei 150 fps in full hd wenn wir division 2 nehmen 185 fps ja counter strike ist halt nicht sonderlich anspruchsvoll auch 240 fps für viele auch noch interessant gta 5 160 fps und nehmen wir auch mal far cry 5 jetzt bald kommt schon far cry 6 aber far cry 5 was vor anderthalb jahren glaube ich released worden ist 110 fps also das system an und für sich ist in ordnung es geht nur um die zukunftstauglichkeit da kommen wir gleich noch zu des weiteren bekommt ihr eine festplatte eine nvme m.2 ssd 1 terabyte kingston nv1 also eine pci express ssd die kostet bei cyberport 79 euro 90 für 1 terabyte das reicht erstmal aus wenn ihr windows discord treiber usw installiert sag ich mal habt ihr bummelig noch 900 oder 850 gigabyte zur verfügung das reicht für 5 6 games auch triple a titel das schon in ordnung ihr könnt hinterher noch erweitern das ist nicht das problem hat eine lesegeschwindigkeit von 2100 mb pro sekunde eine schreibgeschwindigkeit von 1700 mb die sekunde liegt ein bisschen höher damit wie zum beispiel eine crucial p1 die ich sonst immer verbaue die packen wir einfach so in den wagenkorb wlan hat die ganze geschichte nicht eine 7.1 soundkarte und was 7.1 das wäre mir neu wusste nicht dass man 7.1 an so einem board betreiben kann ich glaube das ist ein bisschen falsch was hier steht aber ich will mir da jetzt nichts rausnehmen ihr zockt ja eh meistens alle mit headset von daher ist das auch egal ein lüfter ist vorinstalliert das ist der der hinten ist steht ja auch hier dazu bekommt der windows 10 pro 64 bit das kostet bei geizheiz aktuell 28 euro 88 über my software das ist quasi immer derselbe preis manchmal haben wir auch 27 euro da stehen dass die professional variante was ich sehr gut finde ist für euch nicht sonderlich wichtig es geht nur um vernetzung sagen wir ja mehrere firmen pcs wollte vernetzen da ist professional dann schon mal ganz wichtig die home hätte theoretisch auch gelangt aber schön dass es dabei ist dazu bekommt ihr wieder bullsh** inter- äh bullguard internet security 90 tage einfach in müll schmeißen kennt ihr ja schon die ganze geschichte 36 monate garantie und support das ist geil drei jahre ist schön davon aber nur sechs monate vor ort pick up und return alles andere was danach kommt müsst ihr dann selber einsenden in dem fall kommen sie zu euch nach hause holen das ding ab wahrscheinlich DHL oder Hermes oder wer auch immer sonst müsst ihr es halt zur post bringen wie die bearbeitungszeiten sind wenn etwas defekt ist weiß ich nicht ganz also ich habe da noch keine erfahrung schreibt es mal ruhig in die kommentare wenn ihr von agando mal ein pc hattet und ihr musstet den zur reparatur einsenden wie lange die brauchen dann kann ich das in meinen zukünftigen videos gut verwenden und das wäre es dann auch schon wir kommen jetzt zum endergebnis hier haben wir die kingston nv1 festplatte hier haben wir den ryzen mit lüfter hier haben wir den ram speicher die grafikkarte das bord was viel zu klein ist das gehäuse das netzteil und windows und da kommen wir auf einen gesamtpreis von 1597 euro 46 das angebot soll kosten 1499 euro 90 wenn wir uns den alten preis angucken ist es zu teuer gucken wir uns den neuen an ja ist okay er kommt zusammengebaut und vorinstalliert zu euch nach hause das ist schon mal in ordnung er ist jetzt 100 euro bummelig günstiger als würdet ihr selber bauen also das angebot schlechthin ist es nicht wenn der 200 euro drunter gewesen wäre hätte ich gesagt nicht schlecht aber an und für sich kann ich das system schon empfehlen und ich würde euch auch empfehlen folgende sachen noch zu verändern da wären wir hier beim mainboard wenn ihr ein besseres mainboard haben wollt was erweiterbarer ist dann nehmen wir zum beispiel mal das tomahawk das kostet 27 euro 90 mehr da seht ihr aber schon es ist beleuchtet ja gut ihr habt auch vier ram bänke aber hier unten könnt ihr zum beispiel eine usb erweiterungskarte noch eine capture card noch eine wlan karte reinpacken von den anschlüssen her habt ihr usb 3.1 und nicht 3.0 und davon drei stück zweimal usb 2.0 ja hier wieder onboard grafik was ihr nicht braucht usb c braucht zum beispiel die logitech streamer cam es gibt so eine streamer webcam die hat usb c klar ihr könnt ein adapter kaufen aber ihr habt es direkt an board und hier ist richtiges 7.1 und nicht einfach nur diese drei anschlüsse für wen das wichtig ist wer vielleicht den rechner irgendwie für multimedia filmen gucken benutzen möchte und hat ein 7.1 system zu hause für die ist das wichtig und für wen es vielleicht noch wichtig ist was wlan angeht msi b450 gaming pro max wifi da habt ihr wieder die schöne rgb beleuchtung wie ihr das immer so gerne habt ihr habt aber auch noch folgenden vorteil die m2 ssd ist gekühlt ist für die meisten nicht wichtig ich will es nur gesagt haben hier kommt die grafikkarte hin und ihr habt dann noch mal drei erweiterungsslots und hier unten könnt ihr theoretisch noch eine zweite m2 festplatte einbauen finde ich persönlich sehr wichtig weil auch sehr schnell ihr könnt natürlich über die sata anschlüsse hier auch hergehen und eine normale 2,5 zoll ssd einbauen aber m2 schon was feines und von den anschlüssen her haben wir wieder dreimal usb 3.1 das hier ist wlan das hier ist usb 2.0 ihr habt auch noch mal tos link da wird quasi über eine glasfaser die anlage angesprochen was sound angeht ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus auch usb c netzwerk anschluss also wem wlan auch noch wichtig ist kann natürlich entweder eine karte nehmen für 20 euro und die dann da reinbauen oder 15 euro je nachdem was die kosten oder ihr nehmt direkt dieses board kostet dann natürlich auch 70 euro mehr das muss dazu gesagt werden also nehmt eins dieser beiden boards schon mal dann seid ihr schon mal ganz gut damit dran gekommen ja ob es jetzt wert ist eine 3600 x zu nehmen oder ähnliches weiß ich nicht ich würde wahrscheinlich den x nehmen einfach nur weil man den auch ein bisschen übertakten kann er kostet natürlich 45 euro mehr was eine ganze stange geld ist das müsst ihr dann aber wissen und was vielleicht auch noch ganz gut wäre wenn ihr hier auf die rip joss gehen würde da habt ihr sogar noch eine höhere taktung wenn es der reisen verträgt 16 gigabyte da habt ihr aber sofort die gewissheit welchen ram ihr bekommt für 40 euro mehr das bleibt euch aber auch überlassen aber alles in allem ist dieses system okay ihr werdet damit keine probleme haben es sei denn ihr wollt wirklich später erweitern dann werdet ihr es merken wenn ihr einfach nur zocken wollt und mit dieser ganzen thematik erweiterung nix zu tun haben wollt dann holt den ruhig ist kein problem vielleicht habt ihr sogar glück kriegt als ram dann in corsa vengeance oder kingston weil ich halte vom aegis ja nicht viel ist es ja und somit sind wir auch fertig mit diesem system vielen dank fürs zuschauen abonniert den kanal wenn das noch nicht gemacht habt lasst einen daumen nach oben da ich würde mich sehr freuen ich lese auch immer alle kommentare schreibt ruhig rein was ihr von dem video gehalten hat beziehungsweise von diesem system vielen dank fürs zuschauen auf Wiedersehen und ciao ciao